Sie haben ein Rechtsproblem? Vielleicht sollten Sie einen Anwalt anrufen. Kennst du das Problem? Da kommt ein Nachbar und sagt, es ist mal wieder viel zu laut. Nur ein paar Tage später kommt ein Briefverein geflattert. Sie waren viel zu laut. Ruf einen Anwalt an, weil ein Anwalt kann dir Gerechtigkeit verschaffen und dich dabei pleite machen. Ruf einen Anwalt an, weil nur ein Anwalt kann zur Überzeugung des Gerichts erklären, dass du das Opfer bist. Dass du das Opfer bist. Ein Anwalt. Löst ihre Probleme. Er ist ne ganz besondere Spezies, auch Rechtsverdreher genannt. Der Winkel Advokat. Der Kind, die Erna und den Bert ist in der ganzen Stadt bekannt. Der Winkel Advokat. Der Mann versteht, wie man ne Scheidung macht. Den Nachbarn und den Frank verklagt. Der Winkel Advokat. Bei der Frank ist der Geliebte von der Erna, von dem Bert, doch kein Problem. Der Winkel Advokat ist schon da. Da, 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 da. Der Winkel Advokat ist schon da. Da, 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 da. Doch nur Frau Rechtsanwältin löst ihre Probleme singend. Frau Rechtsanwältin gibt Auskunft und Rat. Nimm dich in Acht oder du wirst verklagt. Du wärst nicht der Erste, der kauernd am Boden lag. Weil Frau Rechtsanwältin um die Ecke kam. Ein Jahr ist schnell vorüber. In der Nebel kommt mit silbernem Schweigen. Du stehst mir gegenüber und es fällt mir schwer, dir Liebe zu zeigen. Das große Ziel war viel zu weit für unsere Träume zu wenig Zeit. Du weißt genau, dass irgendwann einmal ein Wunder geschehen kann. Versuchen wir es wieder, solange man träumen noch leben kann. Versuchen wir es wieder, solange man träumen noch leben kann. In ihrem Programm singt Frau Rechtsanwältin über Fragen des Rechts und das Leben dahinter. Geld, 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 Geld Dann wär mein Konto niemals leer, ich wär so gerne Millionär, millionenschwer. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer, ich wär so gerne Millionär, millionenschwer. Erleben Sie Frau Rechtsanwältin und den Pianisten Matthias Königleif, so haben Sie Ihre Anwältin noch nie beraten sehen.